hallo ihr lieben wir waren gerade richtig schön essen das war so lecker ja und jetzt fahren wir in bildpark schwarze berge wie ihr sehen könnt es wird langsam dunkel ja aber jetzt genau jetzt fängt das gleich an und zwar haben die dieses jahr was ganz besonderes so eine lichter und so aber das werdet ihr gleich alles sehen wir nehmen euch auf jeden fall mit und ich freue mich riesig darauf und ich bin gespannt wie es aussehen wird also hallo und herzlich willkommen in meiner kleinen welt so 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 Meine Pumpe, meine Pumpe und das und mein Alter. Jetzt geht der Herzinfarkt los. Jetzt kommt der erste Herzinfarkt. 49, danke. So alt bin ich nicht geworden, Kind. Ehrlich. Dann ist das 10 Meter? Ja. Oh Gott Gott. Ne, ich hab vorne schön Angst. So, zum Glück heute brauchen wir nicht ganz hoch gehen. Insgesamt geht es ja noch viel viel höher. Ich weiß gar nicht wie viel insgesamt. Das weiß ich gar nicht mal. So, wenn ich das nicht vor, ich bin, ich bin. So, ich bin. So, ich bin. So, ich bin. So, ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020